Burpee-Variation, Burpee over Kettlebell. Ihr stellt euch eine Armlänge imaginär weg von der Kettlebell. Von dort wieder mit beiden Händen am Boden runter. Jump back, step back, Brustbein und Becken berührt am Boden. Von dort wieder up, any style. Versuch, dass der Sprung so nahm wie vor zur Kettlebell kommt und ein beidbeiniger Sprung über die Kettlebell. Einmal umdreht, genauso wie der Retour. Ihr könnt aufspringen, aufsteigen, völlig egal. Ganz gut, was wir sehen wollen, ist ein beidbeiniger Sprung über die Kettlebell. Und der Kopf bleibt hinter der Kettlebell. Sehr schön. Noch eine Variation dazu. Bitte runtergestiegen. Wer nicht springen kann, aus was für einem Grund auch immer. Ihr könnt runtersteigen, runtergreifen, an die Kettlebell heransteigen und drüber steigen. Perfekt, kickt euch da wieder eure schwerste Progression aus.